Heute sammeln wir den letzten Teil der Maske. Ich hab auch extra schnell offscreen den Dingericht gesucht. Das ist laut. Hark laut. Extra den Kelch gesucht, weil das ist immer so eine Sache, bis du den mal gefunden hast. Das war das, glaube ich, jetzt mit der Maus, oder? Glaube ich. Wollen wir dann irgendwie ein Kaugelbücher brauchen? So eine Waffe oder sowas? Ah, da müssen wir jetzt lang. Okay, ja. Schlüssel. Again. Diebische Ratte. Ja, ja, da ist sie. Die Wäscherei ist klein und wir werden mehr und mehr Kinder hier. Da meine Hände mit Farbe befleckt sind, lassen sie mich nichts anfassen. Ich möchte raus. Ich möchte diese Maske ausziehen, die mich nicht gut atmen lässt. Ich will nicht sehen, wie diese dumme Nonne noch mehr Kinder entführt. Ich wünschte, jemand würde das lesen. Ich möchte nach Hause gehen. Kann ich verstehen. Das war eigentlich bisher so der geilste Part den Event an. Also im Remake. Fand ich richtig, richtig geil. Auf. E. So. Wo war... Wo war's denn? Hier hab ich halt schon geklotzt. Das heißt, wir marschieren hoch. Hi. Los mich vorbei. Nein. Los mich einfach. Wo war gleich wieder die... Die, 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 die... Die Dingerichen. Sag schon. Bouts. Wisch, wisch, wisch. Hä? Maschine klemmt. Oh. Jetzt kommt sie her gewatschelt. Ich glaub, es funktioniert. Sie kommt her. Sie kommt her. Ich muss einfach weitermachen. Während sie mich wegknockt. Ja, nock mich halt nicht so weg. Noch ein paar Schläge mehr. Ja, wenn sie mich halt lassen würde. Au. Los mich. Au. Lass mich halt doch... Lass mich doch in drüber. Lass mich in drüber. Ah. Das Fach hat sich endlich geöffnet. Du kannst die Nann-Cola einsammeln. Will ich... Ach, da ist es. Lol. Hier. Hier. Ah. Perfekt. Ähm. Jetzt würde ich gerne hier hoch. Ich würde gerne hier hoch. Perfektigo. Neuer Bereich. Und wenn euch das Video gefällt, gerne meinen Kanal abonnieren. Wo ist das? Ego Junior. Gratulation. Du sammelst die Maskenteile echt schnell. Aber wirst du schneller sein als die diebische Ratte? Versuch sie mit etwas Klebrigem aufzuhalten. Und hol dir zurück, was dir gehört. Was Klebrigem. Oh. Bam, bam, bam. Die geht nicht auf. Ja, mit... Nee. Bisschen dagegen hauen, dann passt es schon. Dann kriegen wir das schon hin. Bauts. Ich brauche aber dann... ...den Schlüssel für den Raum der verlorenen Spielsachen. Genau den brauche ich. Weiß es nicht warum, aber den brauche ich. Und hier ist es dunkel. Da mag ich nicht hin. Aha. Verschlossenes Kaugummi-Glas. Oida! Wir haben hier ein Problem mit Ratten. So a little bit. Okay, ja, ja. Ich sehe genau diese eine Ratte. Diese eine Ratte hat wahrscheinlich... Äh, das ist ein Dingerich. Das ist ein Teil der Maske. Aber wir haben den Schlüssel. Ja, ja, da bist du. Ja, ja, da hast du. Du hast den Teil. Ja, das ist schön für dich. Aha. Was haben wir hier? Das ist Spielzeugpistole. Das ist schön. Okay, ja, wir brauchen ja die Spielzeugpistole. Aber brauche ich nicht auch noch den Bauplan? Oh, sie hat mich gekehrt. Sie hat mich gekehrt. Oh, hi. Kann ich dich runterschmeißen? Gut. Schmeißen wir mal runter. Ja, ja. Du musst den Automaten schütteln, um eine Nann-Cola zu bekommen. Das ist schön. Könnt ihr die Kaugummi-Pistole hier nachladen? Okay. Ich brauche nix, dass ich das Glas aufkriege. Da ist schon die Ratte gewesen. Das Ratte ist hier gewesen. Ist hier sonst irgendwas? Ich meine, ich muss doch hier irgendwas... Was? Oh, da geht's tief runter. Da sollte ich nicht hingehen. Da fliege ich nur in mein Verderben. Aber cool gemacht hier. Aber ich brauche halt den Bauplan. Ah. Okay, wir haben schon mal das Glas. Wenn ich's fallen lasse, geht's nicht kaputt. Okay, Plastikglas. Passt. Also haben wir schon mal einen anderen Teil. Hi. Boah, wenn die mich jetzt runterknockt. Aber dann kotze ich im Strahl. Was brauchen wir dann noch? Ich weiß es gar nicht. Aha. Da haben wir den Plan. Gut. Dann haben wir ja eigentlich alles. Das muss ich nur noch den Weg runter finden. Dann brauche ich nämlich den Plan. Und dann müssen wir erstmal rennen, rennen, rennen. Ne, warte mal. Geh ich hier? Geh ich hier wieder zurück? Oder geh ich hier? I don't know. Ach, da. Okay. Okay, gehst nicht kaputt. Wie gesagt, Plastikglas und so. Ja, Cola. Ja, wir haben den sogar tatsächlich. Also müssen wir nur wieder rauf. Sich festbappen mit dem Kaugummi. Und dann haben wir's. Dann haben wir den letzten Teil der Maske. Erst nur wieder runterkommen. Auf den Boden der Tatsachen. Da. Hier runter. Weil hier liegt schon alles schön. Naja. Warum da aufmachen, wenn ich da einfach gehen kann. Egal. Perfekt. So. Ähm. Fallen Sie rein. Ein neues Bastelrezept. Aber es sieht aus, als hätten wir nochmal zwei weitere Rezepte. Ja, okay. Ich kann mir schon vorstellen. Es gibt ja dann nochmal ein Kapitel. Ihr wisst ja im Original das mit dem Ballon. Ich glaube, dass da dann nochmal ein Rezept kommt. Was nicht mit Summen zu tun hat. So, Flasche. Am liebsten selber trinken. Aber ich muss da was Bärses zusammenbasteln. Ja, ja. Die Papi auch fest. Dass du mich nicht mehr fangen kannst. So schaut's aus. Jetzt ja auch nicht die Flasche fallen lassen, dass sie kaputt geht. Ja, okay. Das war gut. Das war gut. Wo ist die Nan? Der Nan? Der Nan, der Nan, der Nan, der Nan. Der Nan, der Nan, der Nan, der Nan. Da ist sie. Hi. Nan. Herr Nan, nie. Oh Gott, das hat weh getan im Kopf. Das hat so weh getan im Kopf. Help me. Aber sowas von. Das hat echt schon im Kopf weh getan. Okay. Naja. Egal. Da, nein. Und dann passt es. I think. Also noch nicht ganz. Brauchen wir die Pistole noch, weil die kann man dann immer wieder nachfüllen. Naja, deswegen das Kaugummi-Glas bei der Waffe plus eine woanders eine verschlossene Kaugummi-Flasche, damit wir immer wieder nachfüllen können. Ihr wisst schon. Zack. Geben sie mir diese epische Pistole. Die ich noch nicht wirklich verwenden kann, aber gleich. Und dann den ganzen Weg wieder zurück zu der Ratte. Die festbappen. Maske nehmen. Zurück rennen. Maske einsetzen. Bauts. Fertig. Ähm. Ha. So. Basteln sie da unten. Please. Me want weapon. Of mass Kaugummis. Sozusagen. Hab ich? Ja. Passt. Etwas ist durch den Bastelhofzug nach oben gekommen. Die Kaugummi-Pistole. Hey. Ach. Ja. Herrlich. Das wird jetzt wahrscheinlich so einfach werden. Der Part wird jetzt so einfach werden. Hier wäre es eigentlich einfach, wenn die Herkrank kommt. Ein Schuss und fertig. Oh. Das war es blöd. Ich hätte es perfekt hinkriegen können. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ha. Was ist das? Die Ratte bewegt sich zu schnell. Es ist unmöglich, sie zu treffen. Okay. Ist doch ein bisschen anders, als ich dachte. Ich glaube, das Ganze ist viel einfacher, als ich mir gerade dachte. Mache. Pass auf. Weil die bewegt sich zu schnell. Ich treffe sie hier nicht. Pass. Oh. Nicht, dass ich falle. Da ist Käse. Hm. Und theoretisch. Wo ist sie? Da. Da bist du. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Jetzt, wo ich sie hätte treffen können. Ha. Jetzt habe ich sie. Hat eine Weile dauert. Aber. Ich habe. Den letzten. Teil. Der Maske. Und jetzt können wir ganz normal wieder zurückgehen. Und dann müsste theoretisch dann nur noch eigentlich ein Kapitel kommen mit. Dass wir die Kinder da helfen. Dass sie fliegen können. Und wo gehe ich eigentlich gerade überhaupt hin? Was mache ich gerade für einen BS gerade? Na okay. Egal. Wir kommen runter. Erstmal ein bisschen runterkommen, weißt. So. Machen sie zu. Perfekt. Da 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 da. Da da da. Dü 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 dü. Letzter Teil der Maske. Und die Maske ist vollständig. Und. Bam. Vollständig. Ach. Ja, den Grailbräu ist jetzt suchen, weil. Ja. Kapitel. Das neue Kapitel. Das nächste. Ist noch nicht im Spiel. Wir haben es. Geschafft. Der magische Kelch hat die Tür der Erinnerung durchquert. Die Maske braucht Energie. Das ist schön. Aber. Wir haben. Das geschafft. Und damit lasse ich es erstmal gut sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Macht's gut.